Jetzt kommt die T, die N und die H Reihe dran, ebenfalls ohne gebrochene Laute. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich mal nicht diese Trickreihenfolge gesehen und nicht so wie es da ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal aus. Und dann lasse ich das jetzt einfach mal aus. Ich, Johnny, bis zum nächsten Mal.